Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Gameplay in der Pre-Reason 5. Wie könnte es denn auch anders sein? Heute könnt ihr mich mal wieder als guten Vladimir in Aktion sehen. Was heißt hier wieder? Das ist das erste Vladimir Gameplay, glaube ich, auf meinem Kanal. Von daher, ich habe keine Ahnung, vier Masterspiele, okay. Das ist natürlich dann wiederum ein sehr interessantes Spiel. Oh mein Gott, ich spiele First Time Vladimir. Das war auch ein Vorschlag einer meiner Abonnenten und dann habe ich gedacht, ja, geben wir mal den Vorschlag nach. Und dann spielt man erstmal gegen vier Masterspieler. Das ist natürlich klasse. I'm a retard. In einer super Partie und Brain Freeze. Ich habe gar nicht auf die Namen geachtet, um ehrlich zu sein. Gegen was spiele ich denn auf der Top-Lean? Gegen Quinn. Okay. Das macht Spaß. Und ich bin gerade am überlegen, was ich starte am besten. Äh, ich denke mal, mir ist sogar Boots. Ich starte einen Boots einfach mal. Mal sehen, wie es wird. Und ihr seht schon, Kalista ist am Gegnerteam. Das heißt, sie ist auch schon seit längerer Zeit draußen. Und wenn ich mich richtig entsinne, kam sie letzten Donnerstag raus. Ich bin mir da nicht so sicher. What makes you think we are good? Server is down. Also kaputt. Das war die Frage, ähm, warum der TS nicht funktioniert. Raum durchgebrannt. Okay. Hat sich erledigt. Jetzt weiß ich wenigstens den Grund. Das kann auf jeden Fall sehr interessant werden. Also eine lustre Runde. Können wir wahrscheinlich hier miterleben. Vier Master-Tierspieler. Ich hab mich nachgeschaut. Und der Ping geht mir richtig auf die Nerven. Hunderter Ping. Mal sehen, ob ich damit wirklich einen Master-Tierspieler schlagen kann. Ich bin gespannt. Insbesondere, weil ich auch zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit Wladimir spiele. Aber Wladimir ist ein relativ genialer Champion. Macht Spaß. Ist relativ aus dem Meter rausgefallen leider. Vor allem, weil er keinen CC besitzt. Und daher auch nicht wirklich profitiert vom Teleport. Was wiederum gut ist, ist die Quinn hat keinen Igniter dabei. Das wird jetzt schön. Und das wäre sehr interessant. Wieso ich mich harassen würde. Komm, komm. Danke. Das laste Ding mit Wladimir ist verdammt schwer. Der hat ja auch gerade mal nur 48 AD, wie ihr sehen könnt. Ja, ihr seht schon. Ja. Das war irgendwie klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Range Quinn hat. Ich spiele so selten gegen eine Quinn. Daher verzeiht mir, falls ich hier mal des Öfteren etwas weniger rede, weil ich mich ja extrem konzentrieren muss. Ist ja immer noch ein Master-Tierspieler. Und jetzt hat sie ja... Ja, war klar. Das war dumm von mir. Um ehrlich zu sein. Ich lasse mich jetzt einfach mal in den Tower pushen, bis ich mal in mein Level 2 bekommen habe. Und werde treasen. Und da. Wunderbar. Jedenfalls, wann muss ich hier... Komm, komm, komm. Okay. Mach mal. Wunderbar. Valentich unter den Tower. Verdammt viel CS. Bottom, Amumu-Support oder Powered? Komm, komm. Okay. Flash raus. Und jetzt habe ich kein Q-Up gehabt. Das war nicht so schön. Jetzt bist du tot. Ja. Der ist tot. Er hat nicht so lange warten sollen. Du missed like 10.000... Und jetzt hat die Double-Buff. Das ist natürlich... Ne schöne Sache. Wow. Ganz ehrlich. Das erste Spiel, was ich heute spiele und... ist natürlich gegen Master-Tier-Spieler. Und jetzt die doppelten CS. Ja. Oh man, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, wie das Game sich entwickeln wird. Ich glaube, nicht allzu gut, aber... Das war irgendwie auch verdammt schlecht von mir. Ja, ja. Man sieht auch schon... Der Double-Buff... Der richtet einiges an. Verdammt, da habe ich einen Zest nicht bekommen. Und ihr merkt schon, ich muss mich... Der ist weg. Und die versucht hier wirklich, mich einzupushen. Ich versuche hier einfach bestmöglich an der Tauna zu farben. Was leider nicht unbedingt klappt. Das ist echt... Oh, das ist extrem fies, gerade das zu spielen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Insbesondere auch mit dem Hyping. Und gegen Quinn, die Double-Buff hat. Das ist so unangenehm. Das glaubt ihr gar nicht. Und ihr seht schon, wir werden auch klar dominiert. 0,5. I'm done with the Straven. Ja, das ist schon mal eine gute Einstellung. Vier Master-Tierspieler. Und hier, man sieht auch schon die CS-Verhältnisse. Ich habe nur ein 20 CS. Na gut. Um die Vladimir unter den Tower zu farmen, ist auch nicht sonderlich einfach. Kann man so sagen. Da braucht man auf jeden Fall immer den Q ab. Naja, da habe ich hier mal... Ja. Der Q ist zwar wirklich auch der Main-Spell von Vladimir und sollte man natürlich auch maximieren. Ganz normal. Und gleich kommt es hier wahrscheinlich auf die Lane. die gute Quinn. Ja. Da ist sie auch. Oh mein Gott. Sie ist Level 6. War irgendwie klar. Ja. Gut. Ich flash da. Ich muss da flashen. Pantheon kommt natürlich Top-Lane, wenn ich einmal ein bisschen rauskomme. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und da habe ich... Ehrlich? Der CS. Das ist echt abartig momentan. Ich kann absolut nichts machen. Ja, Quinn. Ist in Ordnung. Ich habe auch ein bisschen Panik vor dem Pantheon. Um ehrlich zu sein. Und ich harass hier auch nicht richtig. Das ist das Problem. Ja. 20-Tier ist schon behind. Das kann jetzt... Keineswegs gut. Oh. Erstes Game. Warum muss ich gegen Maser-Tier-Spieler spielen? Im ersten Game. Das ist doch lächerlich, Leute. Echt lächerlich. So geht das eigentlich relativ gut. Ich muss hier einfach nur down to wrestle. Hier hat kein Heal-Pots. Ganz genau. Ich glaube, ich könnte hier sogar auch traden. Relativ leicht. Na, so vielleicht nicht unbedingt. Jetzt kommt sie langsam zum Schwitzen. So wie ich das tue gerade. Versuche sie gleich mal zu töten. Sie ist tot. Ich habe keine Ahnung, was sie da getan hat. Das war verdammt risky. Und das war komplett behindert von ihr. Also ganz ehrlich. Das war... Ich habe keine Ahnung, was sie da versucht hat. Sie wurde, glaube ich, da ein bisschen arrogant. In der Situation. Ich habe zwar verdammt wenig CS. Wie ihr sehen könnt. Ach Gott. Das Lasting. Aber es geht noch halbwegs. Es ist zwar verdammt schlecht an sich, aber... Kann man momentan nicht wirklich ändern. Und... Ah. Wunderbar. Gut Job. WP. Was nehmen wir uns am besten mit, ist die Frage. Ich denke mal sogar... Auf jeden Fall. Ja. Die Hextech-Revolver. Ganz klar. Und dann vielleicht noch... Glow Armor. Zwei Glow Amors. Ja, kann nicht schaden an sich. Gegen Quinn. Quinn hat momentan Plutalizer 70 CS. Meine CS sind so unglaublich schlecht, Leute. Das hakt jetzt einfach in die Kommentare. Gar nichts. Danke. Danke. Was? Moment. Bottom ist schon eingerissen worden. Callister gewinnt gegen Graven. Eigentlich selten, aber man muss auch klar sagen, es ist ein Master-Tier-Spieler. Von daher weiß er in etwa wahrscheinlich, dass er tut. Mal sehen, ob er jetzt mich harassen möchte. Hier. Da pusht er ein. Und da habe ich mir gerade selbst einen CS denied. Ich muss auch immer ein bisschen dagegen pushen. Sonst verliere ich wieder CS. Der Trade war, was ich sogar negativ sehe. Ha. Aber richtig negativ. Ich kann mich sustainen, meine Gute. Ich kann mich sustainen. Und warum habe ich denn jetzt nicht einen Autotag nachgesetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich extrem konzentrieren gehen, denn er ist nicht schlecht. Komm. Jetzt hat er ziemlich viel Schaden gefressen. Noch einmal so eine Aktion, er ist tot. Aber es sieht mittlerweile gar nicht mal mehr so schlecht für uns aus. Meine CS gehen jetzt auch langsam wieder nach oben. Ja. Ich kriege zwar einen Hit ab, aber das ist nicht so nahlich schlimm. Ihr seht auch schon, ich bekomme wieder durch meinen Hextech Revolver relativ viel zurück. Gibt euch meinen Coo. Jetzt langsam läuft es, aber sicher. Langsam aber sicher läuft es. Ich glaube, sie ist sogar zurückgegangen. Ja. War irgendwie klar. Jetzt muss ich ganz schnell eigentlich die Lane auspushen. Dass sie noch mehr CS verliert. Ah, da ist sie ja schon. Na gut, jetzt gehe ich auf jeden Fall back vorerst. Ich denke mal, ich kaufe mir jetzt erstmal mein Voritems zum Hourglass. Dieser komische... Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Item nochmal? Ja, sie wollte. Ich soll einfach mal pushen und ich werde mir einfach mal dieses gute Item kaufen. Grunde Wort, auf jeden Fall. Vielleicht kaufe ich mir auch Ninja Tabis gegen das Gegnerteam. Die haben nämlich fast ausschließlich nur Adi-Champ. Ihr seht schon Pantheon, Jansu und Quinn Toplane. Und das Problem ist einfach, ich habe keinen Teleport. Das heißt, ich kann den anderen nicht wirklich helfen. Naja, ich habe es geschrieben. Mal sehen, ob wir sie gleich töten können. Ich bin zuversichtlich. Ich würde das einfach mal hier in ein Wort reinsetzen. So. Okay. Gut, dann eben so. Muss ich jetzt flashen. Aber ich dachte jetzt wirklich nicht mehr, dass er reingehen würde. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Ja. Der Farm könnte besser sein. Ja, okay. Der Momo farmt. Sender kann er gegen Vladimir sowieso nicht machen. In der Situation. Und endlich das Sustain. Und endlich das Sustain. So, 93 Farben nach 15 Minuten. Zwar nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch... Amorbus kaufen, stirbt er. Ja. Nocturnal Rip. Ich hätte ihn vielleicht sogar eventuell noch retten können, aber... Nein. Start diving. Wie heißen nochmal die Gegner? Ich habe darauf wirklich nicht geachtet. Gut. Keiner von ihnen sagt mir wirklich was. Das sind jetzt drei Topplänen. For real? Nein. Quinn bleibt alleine da. Meine Schöne. Das lässt du bitte. Danke. Du kannst mich nicht paressen. Im Ausmaß. Ganz genau. Du verlierst jetzt die Traits. Ich glaube sogar Pantheon und Quinn zusammen würden die Traits verlieren. ja. Also Pantheon kann mir sicherlich auch keine Parolen mehr bieten. Garantiert nicht. Jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo Vladimir relativ lächerlich wird. Ich outfarme jetzt auch langsam die Quinn Vielleicht sollte ich Die anderen Lanes mal helfen Das wäre keine schlechte Idee Gut Eventuell Das ist der Rock der Raven Ich sollte wirklich, glaube ich Ja, ich gehe da hin Ich kaufe jetzt Homeguards und gehe das sofort hin Oder brauchen wir eine Hilfe Ja, ich gehe hin Ganz genau Wunderbar Hat geklappt, so wie ich es wollte in etwa Komm, mein Freund Wunderbar Rampage Toplane Towers gefallen, aber dafür haben wir relativ viele Kills gemacht Hat sich daher auch relativ gut gelohnt für uns Vier Kills jetzt insgesamt Jetzt gerade habe ich zwei Kills gemacht im Fight Das ist echt nicht schlecht gewesen Stack Armor, I guess Mach ich schon Oh, da ist sie tot, die Ari Mh, bitte Ah, den will ich haben Danke Es ist wirklich gerade ein bisschen anstrengend, dieses Game zu spielen Aber langsam geht es auch wirklich wieder voran mit dem CS Äh, Draven ist gestorben Dumm Aber ich bekomme jetzt einen Tower Denke ich mal Hoffentlich mal Ansonsten bin ich auch gleich tot Aber der Tower ist auf jeden Fall Aber der Tower ist auf jeden Fall Ruffet Ja, wunderbar Hat funktioniert, so wie ich es haben wollte Unser erster Tower Yes Und die Gegner haben schon drei Tower Und die ersten sind schon wieder alle tot Das ist schlecht Das ist äußerst schlecht sogar Asamna has disconnected Rage quit Sie merkt schon, der hat schon ein bisschen Erfahrung Ja Wunderbar Das hat noch so funktioniert, wie ich es haben wollte in etwa Problem ist einfach ist Dass wir keinen Jungler mehr haben Im Game Weil er gerage quittet ist Wreckt Ich hoffe es einfach mal, dass unser Jungler noch mal Zeit wieder zurückkommt Ansonsten haben wir es wirklich verloren Das wäre wirklich sehr bedauerlich Weil das Game Ja, da ist er schon wieder Okay, dann passt es hier Ich frage dich Ob er wirklich einfach Das Und sie ist tot Oder auch nicht Ganz ehrlich, Leute Yes Immerhin Mal sehen, ob wir es da erreichen können Ich habe jetzt auch mal Sionia das gekauft Das ist ein relativ wichtiges Item in diesem Game Ganz ehrlich, könnt ihr bitte das Surrendern unterlassen, danke Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Man muss einfach nur hier Amor stacken Das war es schon Verstehe jetzt nicht die Tragik dahinter Ganz ehrlich Ganz ehrlich Machen wir mal den Tower lieber ein bisschen kaputt Vielleicht bekommen wir ihn sogar Das wird ein Fahrzeug Machen wir es mal so Und flashen weg Unser Jungler hat irgendwie nicht so die ganz große Macht Der Impact fehlt ein bisschen vom Jungler Und der Ja, ist weg Stopp dem Knock Ist ein bisschen mad, glaube ich Unser Nocturn Können wir durchaus sein Ich glaube, du kannst es read Ja, auf jeden Fall Ja, der ist weg Bei mir, klar Aber zum Glück hat der bei mir nicht mehr ganz so großen Impact wie früher Der Drake ist da schon eher wichtiger Jetzt meine persönliche Meinung dazu Aber Ich finde schon, dass er ein bisschen mächtiger ist Der Drake Vorerst jedenfalls Mal sehen, ob da noch Änderungen vorkommen Im nächsten Patch Bin mir da relativ unsicher Jenner ist tot Ja Richtig tot Ja, und der Mumu hat richtig viel Feed anscheinend Obwohl, gar nicht wahr Das geht noch Der Damage Not bad Gut, probieren wir erstmal aus Das sieht gerade momentan richtig schlecht für uns aus Ja, ich denke, das Game ist auch so weit verloren Weil Ja, man sieht schon Die Karte ist ein Tote Ja Wunderbar Gut Da hatte ich noch ein bisschen Glück, dass ich da rausgekommen bin Aber ich hatte noch einen Notfall Sionias Notfall auf jeden Fall Und da ist der Mumu tot Vielleicht sollte man mir einfach den Feed lassen hier Wäre keine schlechte Idee Oh ja, der Drave hat einen Kill bekommen Richtig gut Und ich habe wenigstens die Quinn outfarmt Das freut mich Na okay, als Vladi mehr Keine Besonderheit Aber trotzdem Freut mich schon ein wenig Vielleicht ist ja Drake up Das wäre mal Eine schöne Sache An sich Sieht aber nicht danach aus Ja, war klar Schade Oh mein Gott Dieses Minion macht ja richtig viel Oh, er hält richtig viel aus Er hat gesagt Schade Sie stirbt, wenn sie das so weitermacht Ja 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 Nocturne spielt nicht mehr wirklich mit Glaube ich Das ist schlecht Sehr schlecht sogar Und der Drake ist ab Drake ist done Die haben schon mittlerweile zwei Drakes Ja Das Game ist an sich Wirklich tonne Jungle hat in diesem Game Nicht wirklich viel Impact Ich bin Lord und Master Schade Ich wollte noch einen Q nachsetzen Das war wirklich ein bisschen bitter Welche Level hat die erreicht? Level 15 9-3 Die Kalista Das sind nicht mal Nicht schlecht Und dieses Kiting-Polista Von diesem Champion Ist einfach wirklich Ebay Diamond Raven Strikes again Ich muss Toplayen halten Versuchen zu halten Ich weiß nicht, ob ich die Kryn noch weiter aufhalten kann Ich bin mir sehr unsicher Na gut Man muss schauen, wie sich das noch alles entwickelt Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wir zurückkommen Ins Game Überhaupt nicht mehr Ja Glück gehabt Ich muss die Midlane halten Irgendwie halten Aber das sollte eigentlich Also Wladimir jetzt nicht so Das ganz große Problem sein Ja Und da ist die Down Wow Das war eine richtig gute Reflexion hier Das war echt nicht schlecht Na Und hier kommen die noch einen Nein Versuche jetzt einfach mal die Lane komplett auszupushen Dass ich wieder Andere Dinge unternehmen kann Okay Da ist der Dragon nochmal tot Der ship mittlerweile Ähm 4-12 Was macht der da Komm mein Freund Ja gut Er hat mich hundertprozentig geholt Wenn ich das nicht gemacht hätte Wow Wow ist der mal Boah Damage Hier sollte auf jeden Fall mal Pack gehen Und Wir eventuell mal Items kaufen Und Die Jender sollte vielleicht nicht so weit engage Okay das war's Surrender Road Ihr seht schon Ich procke nicht mal das Schild Richtig Von dem Wirklich sehr schade Aber dieses Matchmaking Verstehe ich teilweise echt nicht Wie man sich so überlegt 4 Diamant Spieler Ich meine 4 Maske Spieler Willst du mich töten? Wunderbar Haben wir jetzt einen Kill bekommen? Immerhin Leck Immer die beste Ausrede Der Leck Schade Die ist nicht gestorben Und da lachen sie uns Lautstark aus Schade War ein trotzdem Reaktiv interessantes Spiel Und das Matchmaking Ist wirklich broken Von World Games Also wenn man sich überlegt Platin Spieler Diamant Files Spieler Und dann spielen wir Gegen Master Tier Ja Master Tier Spieler Master Tier Einspieler Das ist schon relativ Seltsam gemacht Vom System Aber vielleicht war auch Wirklich die Normal Game Elo so weit Ja oben Dass man gegen diese Leute spielt Kann man nicht wissen Kann man nicht nachschauen Wie auch immer Ich hoffe es hat euch so gut gefallen Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Bis dahin See ya Leute Sud Jahrhund Jahrhund Jahrhund